Welche Priorität hat das Tanzen in deinem Leben? Wenn es mehr Platz und Raum einnehmen darf, dann die Möglichkeit über Wohnraum, Paartanz, Privatstunden, indem ich als dein Privattanzlehrer zu dir nach Hause komme und dich tänzerisch, ohne dass du dein Zuhause verlassen müsstest, ich zu dir nach Hause komme und dich tänzerisch bei dir daheim fit mache und das ohne Fahrtweg für dich. Wenn das Thema Wohnraum, Paartanz, Privatstunden für dich interessant ist und dir vorstellen kannst, über mich, dem alle.tv, IHK, Worlddance, Consult, Gütesiegel, ausgebildeten Privattanzlehrer, dem Sean, Sean Jerome McRae, Paartanz, Privatstunden zu dir nach Hause zu holen, wenn das für dich interessant ist, dann die Möglichkeit um das Video herum sind WhatsApp-Link oder über die Nummer 017684044661 die Möglichkeit, dich tänzerisch nach vorne katapultieren zu lassen, indem ich zu dir nach Hause komme und dich tänzerisch bei dir daheim fit mache. Los geht's! Not so, jetzt!